Wittorf. Drei Wochen nach der endgültigen Entscheidung des Planungs- und Umweltausschusses hat auch der Stadtteilbeirat Wittorf den Förderantrag der Stadt beim Bundesprogramm Klimaschutz durch Radverkehr einstimmig begrüßt. Nach der ersten möglichen Bestätigung einer bis zu 100%igen Förderung verschiedener Maßnahmen entlang der Veloroute von und nach Wittorf, voraussichtlich Anfang 2023, müsse in Workshops auf Grundlage der eingereichten Projektskizze ein Bauentwurf diskutiert werden, heißt es in einem Antrag, der am Mittwochabend beschlossen wurde. Und weiter. Dazu werden unter anderem Kitas, Schulen, Lebenshilfwerke, Seniorenbeirat, Kirche, Stadtteilbeirat und betroffene Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger eingeladen.